Wir haben spitze gespielt, Herr Schwede. Und wir haben 13-8 gewonnen. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain line. Everybody got this broken feeling. Like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Die haben vorher schon mal gut gespielt? Oder jetzt zum ersten Mal? Wie bist du darauf gekommen jetzt? Na ja, ich glaube, ich habe noch Hunger. Beim Sport haben wir mal gut gespielt und habe gesagt, dass ich es gut gut fand. Also Herr Schwede, das letzte Spiel, da haben wir noch mal richtig Glück gehabt und können belesen. Wir haben noch mal 5 Runde gemacht von 8 auf 13 und haben das noch zu 12 gewonnen. Das war's für uns. Alles ist gut. Alles ist gut. Das ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich bin lieber noch zwei Runde Battle. Alles ist gut. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Schöne, wir haben Grün. Glückwunsch. Herr John, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen und bei Ihrem Hotelkäfer. Ich weiß nicht, wer genau zuständig ist, aber dass so ein Event gemacht wird, finde ich ganz toll. Und ich habe euch von uns im Verband noch ein kleines Souvenir mitgebracht für alle, die ihr gelangt. Sie haben übrigens einige Talente entdeckt. Wenn die weiter trainieren würden, würde sie irgendwann demnächst auch auf einer deutschen Meisterschaft mit bleiben. Hallo. Und natürlich auch. Herzlichen Glückwunsch. Einmal die Urkunde. Und eine Oberkette. Ach, schön. Hat der künftige Platz da? Ja, ich hab's gesehen. Auf dem ersten Platz übrig, Gymnasium Olvernau. Da am Hau, ganz weit angereist. Der Markus Jämlich. Herzlichen Glückwunsch. Einmal die Medaille. Einmal die Urkunde. Einmal der Pin. Und dann der Tommy Wilz dazu. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Jedenfalls die Urkunde. Jedenfalls der Pin. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ein Satz von Schluss sage, was vielleicht die wenigsten gar nicht wissen. Unser Schulspiel ist wirklich ein Sport, der weltweit betrieben wird. Und natürlich, Fußball ist auch was Schönes. Aber bis einer in Fußball mal in die Nationalmannschaft kommt, ist es nah der Weg. Der Weg ist bei uns viel einfacher. Und dann ist man auf der ganzen Welt unterwegs. Ich war Trainer für die Jugend. Und meine erste Weltmeisterschaft, die ich in der Funktion hatte, die war in Thailand. Da habe ich meine liebe Frau kennengelernt. Letztes Jahr waren wir in Japan. Wir waren in Kanada. Dieses Jahr geht es nach Madagaskar in die Türkei. Weltweit wird gespielt. Und die Chance überall hinzukommen, die habt ihr. Wir müssen nur etwas trainieren und in der Jugend anfangen. Weil dieser Bewegungsablauf, der drin sein muss, der geht nur wenn man jung ist. Bei uns als Prager geht nichts mehr. Sie können zwar mitspielen, aber die diese Bewegung können, die wichtige. Die Zeit der Sache ist da. Sie sind auch immer ein Problem. Sie wissen, wie der Hauptmannschaft ist. Sie sind da. Sie wissen, wie ist die Frage sehr.